One Piece Kapitel 1048 ist endlich draußen und ich sag's wie es ist, es sieht so aus, dass das jetzt der finale Schlag ist. Kaido setzt hier eine neue Form ein, die für mich schon nach dem Erwachen aussieht. Und es ist wohl der epischste, größte Clash, den wir je hatten in One Piece. Das Chapter allgemein ist sehr vielversprechend, weil auch ein Charakter stirbt und seine Teufelsfrucht, seine Teufelskraft ja jetzt in eine nächste Frucht übergeht. Über die Thematik will ich auch noch ein bisschen reden und natürlich über das Chapter über Ruffy vs. Kaido, Gear 5. Deswegen, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen, lasst einen Daumen nach oben da und ich würd sagen, nach dem Intro geht's los. Ich wünsch euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretica, One Piece Theorien und mehr. Erst einmal vorweg, nächste Woche ist keine Pause, wir kriegen in einem One Piece Kapitel wahrscheinlich die Spoiler wieder am Dienstagmittwoch so. Das Kapitel 1048 trägt den Titel 20 Jahre. Auf der Coverpage kriegen wir endlich enthüllt, wer diese zwei Personen waren. Es waren Ichiji und Raiju. Wie es scheint, Brüli sagt das hier und es steht auch unten auf der Coverpage. Und es sieht noch so ein bisschen so aus, dass die davon ausgehen, dass die beiden das sind. Deswegen, vielleicht sind es doch noch andere Personen und nicht die beiden von der Germa. Wir sehen ja aber auch Cracker sitzen auf der Coverpage, nur kurz angeschnitten. Der ist immer noch extrem bandagiert von dem Kampf mit Ruffy. Immer noch, Leute. Der ist immer noch angeditscht vom Kampf gegen Ruffy. Wie krass ist Ruffy, bitteschön. So, wo wir gerade über Ruffy sprechen, genau damit beginnt auch das Chapter. Wir sehen diese riesige Faust. Und jetzt sehen wir nicht nur diese riesige Faust, sondern wir sehen diese riesige Faust wie in Gear 4 in der King Kong Gun. Wo diese Faust, die Ruffy sozusagen einzieht, damit er noch mehr Wucht dahinter stecken kann. Wie so eine Springfeder zieht er das ja immer ein, seine Fäuste. Und das macht er mit dieser riesigen, gigantischen Faust, die so groß ist oder größer ist als Onigashima. Mit der macht er das auch. Wir sehen Königshaki-Blitze. Die Faust ist Haki-technisch ummantelt. Wir sehen kurz Momo, wie er immer noch daran denkt oder das immer noch versucht zu schaffen mit den Flammenwolken. Er muss Onigashima aus dem Weg schaffen. Und er macht es dann einfach mit Köpfchen. Und zwar mit seinem Köpfchen versucht er nämlich, die ganze Insel wegzuschieben. Was natürlich nicht hundertprozentig klappen wird. Ich glaube, früher oder später muss er wirklich diese Flammenwolken erschaffen. Wir wissen es, es wird darauf immer wieder hinauskommen. So, dann kommt Kaido lässt das nicht zu. Kaido wird ja die ganze Zeit immer noch mit der anderen Hand von Ruffy angepackt. Dass er sozusagen nicht verfehlen kann. Weil der Donner, dieser Blitzwurf von Ruffy in Gear 5, dem ist er ja ausgewichen, Kaido sogar noch. Und Ruffy wollte jetzt sicher gehen, dass Kaido diesen Schlag auf jeden Fall abbekommt. Deswegen hat er ihn an den Hörnern gepackt mit der einen Hand. Und da hat er ja auch schon viel einstecken müssen, ein ganzes Chapter, um diese Faust aufzuladen über den Wolken sozusagen. Und Kaido hat ja schon alles probiert, diese Faust loszuwerden. Beziehungsweise diesen Griff von Ruffy. Und jetzt kommt er auf die Idee, weil Oden, der Held dieses Landes, auch verbrannt ist, mehr oder weniger im Öl. Auch eine Flammtechnik einzusetzen. Und zwar sieht die so krass aus. Die große brennende Drachenfackel. So in etwa heißt die Form. Und es ist wirklich so eine neue Form, die er annimmt. Er ist viel, viel größer. Auf einem Panel sieht man es. Denn er ist als normaler Drache noch in diesem riesigen Feuerdrachen drin. Aber er ist jetzt ein komplett brennendes Wesen. So ein riesiger Spektraldrache, kann man fast schon sagen. Der brennt. Was Ruffy denn auch dazu führt, seinen Griff loszulassen. Er kann ihn nicht mehr halten. Seine Hand ist danach ein bisschen verkohlt. Er muss sie ein bisschen kühl pusten. Aber die große Faust ist halt immer noch im Himmel. Und Kaido sagt daraufhin, in seiner größeren Feuerdrachenform, jetzt in der er auch bleibt, dass diese Faust ihn nie treffen wird. Denn sie wird, bevor sie ihn trifft, wird sie schon längst geschmolzen sein. Also er geht sogar davon aus, dass diese riesen Faust, die von oben kommt, dass die verbrennt, wenn sie in die Nähe des Feuerdrachen kommt. Denn wir sehen ja auch als Beispiel, dass er in dieser Form ein bisschen dieses Horn von Onigashima von der Insel, das andere Horn, was Zoro noch nicht abgeschnitten hat, dass er das berührt mit seinem Schweif. Und das schmilzt dahin wirklich, als wäre es ein heißes Messer durch Butter. Oder keine Ahnung, es ist geisteskrank. Wie heiß Kaido in dieser Form ist. Aber Ruffy kommt dann direkt mit dem Kontergedanken. Kontergedanken, und zwar hat er ja im Udon-Gefängnis hier auf Wano Kuni von dem alten Hyogodo, dem alten Typen, der ja damals dieser Yakuza-Anführer war, von dem hat er gelernt, Gegner anzugreifen, ohne sie zu berühren. Mit dieser Aura, mit dem Ryo-Haki, wie es in Wano genannt wird. Und das will er jetzt auch noch auf diese riesige Faust anwenden. Überlegt mal, Ruffy ist in Gear 5, er hat seine Teufelsfrucht erweckt. Er ist ein Gott. Er benutzt einen Angriff hier jetzt auch. Diese riesen Faust, die er eingezogen hat, die er jetzt gegen Kaido haut, die heißt Monkey-God-Gun. Also, es klingt schon fast wie der krasseste Angriff aller Zeiten. Plus, es ist Haki ummantelt. Es ist mit Königshaki-Blitzen. Und noch dieser Aura. Also, es ist ja wirklich alles, was Ruffy hier an Power-Ups bekommen hat, in diesem Arc, reingesteckt in einen Angriff. Und Kaido greift hier einfach mit seinem Gesicht an, natürlich. So, es brennt zwar alles so, und er hat auch wahrscheinlich irgendwie seine Aura da drum, denn die Fäuste und diese Zähne von Kaido, sein Gebiss und so, die berühren sich nicht ganz. Es ist kurz davor. Ruffy ist ziemlich dicht dran, gefährlich dicht dran, dass er sich sogar mit der anderen Hand schützen muss und das Gesicht zu kneift und so, weil es einfach zu krass ist. Zu heiß wahrscheinlich. Und es ist auch ein Riesen-Clash. Also, es ist ein Riesen-Knall, der in einer Luft stattfindet, kann man fast schon sagen. So, und dann geht's erstmal weg von diesem Geschehen. Dieser Riesen-Clash mit dieser Riesen-Faust und Kaido wird einfach offen zurückgelassen. Dass wir erstmal sehen, was geht unten ab. Lysop, Kinemon, Kiku und Kawamatsu. Und wir kriegen dann nochmal ein Flashback, was vor 20 Jahren war, wie Oden gestorben ist. Allgemein kriegen wir in diesem Chapter so einen übertrieben geilen finalen Flashback. Also, für mich wirkt es final. Es kann ja sein, dass es wieder ein Flashback von 50 ist, der jetzt noch kommt. Aber es ist ja wirklich die komplette Geschichte Odens Tod nochmal grob zusammengefasst. Alles. Also, wirklich vom Zeitpunkt, wo Oden den Kopfschuss kriegt, ins Öl fällt. Wie sie dann flüchten, wie Kaido, Orochi. Wie sie dann noch versuchen, die Restlichen dort im Land zu finden. Wie sie das verbrannte Schloss Oden dann noch finden, sozusagen. Ohne die Leichen von Momo und alles. Aber auch die letzten Daimyos, wie Yasui oder auch Ushimaru Shimotsuki, der auch ja damals der Herrscher von Ringo war. Die versucht er auch noch alle auf seine Seite zu ziehen. Die lassen das natürlich nicht zu. Die bleiben Odentreu der Familie Kozuki. Und kämpfen dann auch nochmal gegen ihn. Dann sehen wir auch die einzelnen Schicksäle von dem Land allgemein. Fabriken würden hochgezogen. Es gibt kein sauberes Trinkwasser mehr. Hier so eine Mutter mit Kind. Völlig dürr. In der prallen Sonne klappt die zusammen und so. Und man sieht wirklich die einzelnen Schicksäle von Wano Kuni. Wie schlimm die Auswirkungen von Kaido, Orochi waren und sind immer noch. Und dass die einzige Hoffnung diese eine Prediction von Toki ist, die Prophezeiung mit in 20 Jahren wird dieses Land befreit. Da kommt der Retter des Landes, sozusagen. Diese einzige Hoffnung haben sie noch im Kopf. Und auch das mit den Zweifrüchten wurde nochmal gezeigt. Orochi wurde hier gezeigt die ganze Zeit. Und Orochi wird dann gezeigt, wie er lacht. Plus, wir kriegen einen heftigen Schwenker in die Gegenwart, wo wir ihn nochmal sehen. Sein letzter Akt von Orochi. Ich glaube, es ist wirklich jetzt das Ende. Ich glaube, nach diesem Geschehen ist Orochi wirklich jetzt für immer weg. Es sei denn, er hat irgendwo noch einen kleinen verkrüppelten Kopf oder so. Der nicht abgeschnitten wurde. Aber das ist der letzte Kopf. Er brennt. Er will Hiyori nochmal mitnehmen in der Gegenwart jetzt. In Onigashima. Dann kommt aber Denjiro, schneit ihn den Kopf ab, stellt sich vor Hiyori. Und damit sollte das Ganze vorbei sein. Wirklich, ein nerviger Antigonist, der eigentlich nichts Richtiges gezeigt hat. Hier und da mal einen klugen, taktischen Schachzug. Okay, das gebe ich ihm noch. Aber ansonsten war der nur nervig. Man hat ihn wirklich gehasst. Und da muss man sagen, good job Oda. Weil genau das ist auch die richtige Rolle für Orochi. Und die Teufelsruhe letztendlich mit diesen ganz vielen Köpfen, die immer abgeschnitten werden und sowas. So Hydra-mäßig wirklich, wenn man nicht alle Köpfe abschneidet, dann ist das Wesen nie tot. Finde ich auch ganz nice gemacht. So, das gibt dem Ganzen dennoch wirklich ein bisschen die Logik, warum er immer wieder da war, immer wieder aufgetaucht ist, Orochi. So, einfach wegen der Frucht, wegen den Köpfen. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn er als Teufelsvonutzer stirbt, wird halt die Seele der Teufelsfrucht hier auf Wano Kuni höchstwahrscheinlich oder Unigachima sogar in irgendeine Frucht reingehen. Und dann gibt es dort eine neue Teufelsfrucht. Und ich bin gespannt, ob wir nach diesem ganzen Krieg mal gucken, wie viele echte Teufelsvonutzer da gestorben sind. Oder weiß man halt nicht genau. Kann man vielleicht nochmal überprüfen. Aber ob es dann vielleicht Teufelsfrüchte gibt, die wir endlich mal sehen. Was die Strohpiratenbande mal irgendwie Teufelsfrüchte findet oder eine findet dann. Und mal gucken, was die denn damit machen. Ist jemand die? Ist irgendein Verbündeter aus der Allianz die oder von jetzt Wano Kuni, Wano Kuni Charakter, ist der die Teufelsfrucht von Orochi? Verkaufen sie die oder man weiß es ja nicht, Leute. Ich glaube nicht. Aber es wird auf jeden Fall die eine oder andere Teufelsdrohung nach diesem ganzen Krieg hier frei werden. So, und dann ganz am Ende sehen wir nochmal den Überclash. Ruffy versus Kaido. Man sieht es nicht ganz genau. Man sieht nur die beiden Gesichter. Man sieht Kaidos Mund ist zu auf einmal. Also es ist nicht mehr der Clash, wie es scheint, der am Anfang des Chapters noch hier war. Sondern die beiden sind ein bisschen zurückgegangen. Aber Ruffys Faust ist noch nicht erloschen. Ich glaube, Ruffys Faust ist immer noch oben am Himmel. Es ist immer noch dieser eine Angriff, den er hat sozusagen, der ihn ja noch nicht richtig ausführen konnte. Weil halt die ganze Zeit das so ein Haki-Aura-Clash ist sozusagen. Und eigentlich geht es ja dann darauf hinzu, dass einer dem Ganzen nicht mehr standhalten kann. Dem anderen klar unterliegt dann. Und dann kann der andere Angriff vollendet werden bei dem anderen Charakter, der nachgegeben hat. So ist es normalerweise in One Piece oder in allgemeinen Mangas oft. Und ich glaube, hier wird es auch so sein. Dass sogar das Haki von Ruffy am Ende Kaidos überliegt. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Deswegen, schreibt mal eure Meinung zu dem Kapitel in die Kommentare. Also ich fand, es wäre wirklich ein gutes Kapitel. Auch nochmal so zusammenfassend, was wirklich hier in diesem Land passiert ist. Und es geht natürlich die ganze Zeit parallel zu diesem Schlagaustausch. Zu diesem Über-Clash, den die beiden haben. Diese Laternen von der Blue-Mob-Stadt. Von den Leuten in den Himmel. Wo halt draufsteht, wie... Lass Orochi endlich verschwinden. Und gib uns endlich einen Schluck frisches Wasser. Und der Clash wirklich im Himmel. Es sieht so krass aus. Wirklich. Ich bin einfach nur gespannt. Nächstes Chapter wird extrem interessant. Ich hoffe, es geht direkt da weiter. Orochi ist jetzt weg. Weg von der Bildfläche. Der kann kein Chapter mehr einnehmen. Meiner Meinung nach. Und ich sag's gefühlt schon immer. Aber ich glaube, jetzt bald müsste der Kaido-Flash bekommen, oder nicht? Jetzt ist fast die Bühne frei für Kaido, oder nicht? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns Sonntag beim Chapter-Stream. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.